Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich würde euch mal nur kurz sagen, ich mache eine kleine Änderung für meinen YouTube-Kanal. Die Änderung ist, ich werde mir nicht vornehmen, dass ich, also ich werde nicht irgendwie Videos oder so machen, wo ich sage, diese Videos kommen an dem und dem Tag und alles, sondern Leute, ich mache einfach nur dann Videos, wann ich Lust habe und lade sie hoch, wann ich Lust habe. Leute, wenn ich mal Projekte mache, lade ich die Projekte auch immer nur dann hoch, wann ich Lust habe, damit ihr Bescheid wisst, dass ich das halt so gemacht habe. Ja Leute, mehr wollte ich euch noch gar nicht erzählen. Hauptsache, ihr wisst es, dann wisst ihr, dass Projekte nicht an einem bestimmten Zeitpunkt kommen und Videos auch nicht, sondern irgendwann, wann ich Lust habe. Ja Leute, vielleicht werde ich bald noch, also heute vielleicht nochmal ein Video von Ticket to White spielen, äh Video machen, vielleicht, nur vielleicht. Ja Leute, vielleicht ist Becher dann auch dabei, ich habe keine Ahnung. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao!